da sind schon keine neuen schiffe bleibt weg kommt ihr denn her was geht denn hier ab jetzt schießt hier alles auf mich dass diese fässer existieren habe ich auch voll vergessen was sind jetzt keine fässer mehr gerade voll die abwehr und jetzt nicht mehr die scheinwerfer sind wir jetzt bald mal da sagt der schiff was oder wie handeln wir das jetzt heute wenn ich jetzt ein die scheinwerfer reinkommen habe ich ein problem ich habe auch so ein problem sich auf gott und ab geht alle weg katze die welt katze will auf stuhl so kann ich das dinge anschießen hier ist schon leider ein bisschen für das problem weil die dinger nicht treffen vorwärts ich glaube ich bin zu weit weg äh gibt das glaube nicht das geht eindeutig nicht oh es geht doch na das kennen wir doch gannon weiß sicherlich bereits um unsere anwesende ja ne war ja auch voll unauffällig so mit den ganzen kanonen aber du hast das masterschwert auf deiner seite vernichte damit all deine gegner und befreie deine schwester sei furchtlos ja das kennen wir schon diesmal sind wir bewaffnet und können uns wehren hier kam cooler kampf das weiß ich noch kam der jetzt oder spät möge der scheinwerfer mal abhauen auch unsere kiste die wir damals untergeschoben haben steht hier nicht mehr wer bist du denn ja jetzt kommt unser masterschwert zum einsatz wir müssen nämlich mit dem masterschwert die dinger wieder zurückschleudern und zwar mehrmals zack 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 und es wird immer schneller und ich werde fail weil es zu schnell wird sag ich doch man muss den rhythmus erstmal kriegen man muss wissen weil man ungefähr zuhauen kann wenn man zu nahe dran steht wird das auch schwerer jetzt kann man glaube ich hingehen und voll vermetzen ja gut und das glaube ich dreimal zweimal jetzt halt so ein kleiner miniboss wo bist du aber ja das war voll unfair und so so zack 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 es ist ein anderer fern oh das ist lose holl up weg weg Mach deine Kugel. Genau, mach sie. Yeah, eigentlich ist das ja cool mit den Zurückschwellen. So, wahrscheinlich hat das mit den Wasserfallen nicht gezählt, deswegen nicht nur den jetzt so oft machen. Ich weiß nicht, ob das lange dauert eigentlich. Und zack, und zack, auch gut. Manchmal halten sie halt länger aus, damit wir nicht. So, hätten wir den geschafft. Tschüss. Doch. So, überreißen, er kommt wieder. Okay. Oh, nicht, Ruhe. So. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. War da was Tolles drin? Oh ja, der Hammer ist da drin. Das ist cool. Liegst du auf den Boden, kannst du sogar. Manche kriege ich nur kurzzeitig gefechtsanfähig machen. Oh, Kacke, was seid ihr denn? Das sind auch so nervige... ...viecher, die, glaube ich, immer wieder kommen. Ich finde es schlimm, dass die Monster hier so schlimme Geräusche machen. Bomben? Warum bin ich fertig, Maus? Jetzt mal ohne Mist. Was macht ihr mit Bomben? Kommt ihr neu oder... ...habe ich jetzt Ruhe? ...habe ich jetzt Ruhe? Find ich gut. Äh, wo möchte ich hin? Da bräuchte ich den Hammer. Die Dinger. Und zwar... ...hui. Bam. Hallo? Geh ich mal. Ah, der hat seine Laterne verworfen. Geh weg. So. Ich habe dir einfach seine Laterne auf mich. Au, ab. So. Jetzt gut haben wir das Master-Schwert. Ich glaube, das ist ein bisschen stärker als das alte Schwert. Damit gehen die schneller kaputt. So. Ich glaube, wir haben noch den Kompass vom letzten Mal. Die Karte liegt woanders. Die liegt irgendwo am Kerker. Ich weiß nicht, ob ich mir die hole. Man braucht die ja nicht unbedingt hier. Vielleicht liegt es jetzt auch woanders. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal den gleichen Weg, den ich damals gegangen bin. Weil da sollte man nicht reingehen. Ach so. Da war was. Das bringt es uns jetzt in den Kerker. Gut. Dann kriegen wir die Karte doch schon. Ähm. Gut. In den Kerker müssen wir da hoch. Da hoch. Und dahinter ist ein Loch. So. Und ich möchte mich jetzt bitte ducken. Dankeschön. Da müssen wir natürlich krabbeln. Habe ich ja damals schon nicht gezeigt, weil ich nicht gefangen wurde. Da sieht man schon die Truhe. Auf der Karte. Da ist die Karte drin. Ja. Ist schon lustig, dass ich auf der Karte die Karte sehe. Ähm. Da müsste die dran sein. Karte? Genau. Die Karte. Die hätte ich mal letztes Mal schon holen können, wenn ich mich hätte mal fangen lassen. Aber ich hätte keine Lust. Mein Stuhl knarzt. Ich hoffe, das hört man nicht. So. Ähm. Hier hängen mal Lampen. Die hängen jetzt nicht mehr. Kacke. Komme ich so wieder rüber? Ne. Ich glaube, das war mal nicht rüber. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Was ist wieder? Ich glaube, ich war hier nochmal. Zack. Zwei Stücke getroffen? Mit einem Schuss? Das ist ja cool. Äh. Ich möchte mich umdrehen, weil ich nichts sehe und so. Oh Gott. Wie die. Ach. Oh Gott. Aber die Mäuse sind gerade hilfreich. Solange sie mich nicht treffen. So. Was sollst du anfallen? Was sollst du immer alles fallen lassen? Ne. Ich meine, das soll ich mich beschweren, aber... Schlimm. So. So. Warum ist noch nichts? Egal. Oh, ist das nicht mein? Ne, das ist nicht der Raum. So, das wird aber mit dem Laser. So. Wir sind jetzt einfach durch. Und die Viecher ignorieren wir, weil sie voll nervig sind und wir auf den Sack gehen. Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn da hier? Ich muss an dieser Hand vorbei. Ich kann es kotzen. Das sind Mäuse. Alles andere geht noch. Aber das sind Mäuse. Oh Maus. Geh weg. So. Oh, picken wir mal alles, was da drin ist. Hallo. So, komm. Du warst nicht schwer. So. Ich muss gar nicht viel Totenkopfkettenband brauchen. So. Ey. Gut. Ich glaube, man muss auch so ein Ort fallen. Schön. Gibt Rubine, gibt Herz, ein bisschen. So. 444 Rubine. So, jetzt, wenn möglich, nicht von dieser doofen Hand fangen lassen. Kann ich da runter? Ja, picken wir nur nicht viel. Schieß mal. Schießt du? Schießt du hier hoch? Nein, ne? Hm. Wie kriege ich diese Hand kaputt? Das ging irgendwie. Muss ich da hin und so nicht anschleichen? Ich glaube, so war das. Wenn sie rauskommt, muss ich sie... Genau. Kannst du die auch sterben? Ja, ist schön. Ach. Ist auch so ein toller Gegner. Oh, 20 Rubine. So, und da ist wieder ne Wache. Hallo, Wache. Bei dir mal dein... ...Lämmchen. Und dann... ...schusser einen aufs Magen. Ich glaube, von den Todkopfketten brauchte man einige. 14 Stück und 13 Glücksamolette schon. Das ist gut. So. Oh, das ist mein Lieblingsraum. Ja. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich komme nicht hier raus. Und hier? Gibt es hier was Tolles, Bestimmtes? Muss ich hier was tun? Warum kann man hier raus? Das ist voll unnötig. So, ich komme rein. Moment. Oh. Jetzt kriegt er die Leiter schnell hoch. Ich hoffe, das klappt diesmal besser als beim letzten Mal. Und ich kletter wieder aufs Bett. Ist das sinnvoll? So. Oben ist ja noch die Tür, hoffe ich. Außer die haben da irgendwie verriegelt oder so. Da ist die Tür. So. Muss ich jetzt die Scheinwerfer wieder ausschalten? Dann werde ich da, finde ich, zeichnen wir jetzt nicht wieder den... ...irgenden Ort, wo ich hin muss die ganze Zeit. Wie beim letzten Mal in der Festung, wo er jedes Mal dieses Fenster gezeigt hat. Wir machen jetzt einfach nur diese Scheinwerfer aus. Weil ich es kann. Ich glaube, ich muss es auch machen. Oh, wieso kann man die nicht hauen, wenn die liegen? Das ist voll gemein. Dauert dann immer so lange. So. Jetzt möchte ich auf die Dings sprengen. Dann gehe ich hier.